nachdem der erste update halbjahr gestern auch bei mir vorbeigegangen ist und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und es wächst kein hohes gras mehr aus einer gelagerten antiken barbaren stator ok bleibt gesund und clash on das habe ich gestern ganz vergessen euch natürlich auch mit zu teilen und danke noch mal dass wir gestern abend so cool im live stream auf twitch tv noch über das update reden konnten noch ganz viel machen konnten und so weiter waren coole stunden also auch da noch mal danke und der recht ist ja hier gras aus den augen gewachsen ist mir nie so aufgefallen aber was mir glaube ich gestern noch aufgefallen ist ist wenn man den clock tower hier aktiviert dann ist auch nach wie vor noch die animation da als wenn die truppen geboostet wären und die sind ja jetzt nicht mehr geboostet also es gibt ja keinen trainings boost hier mehr aber die otto hütte soll angeblich jetzt auch animiert sein das ist sie auch okay auch die ist jetzt also im schub und die kleine aber feine änderung die wir hier natürlich haben auch das habe bin ich ja gestern nur ein bisschen kürzer mal darauf eingegangen ist eigentlich dass wir hier jetzt auch keine trainingszeit was heißt auch wir haben hier keine trainingszeiten mehr das heißt also wenn wir jetzt diese truppen hier verballern dann haben wir ich muss das eben mal machen leute dann haben wir keine trainingszeit mehr also die ist komplett weg so ich lasse mal noch ein paar offen kampfmaschine dahinter her und dementsprechend kann man hier natürlich jetzt den ein oder anderen push anschlagen wenn man jetzt zum beispiel legend spieler ist und nichts mehr mit seinem tag anzufangen weiß als dass man nur noch spendet oder ck angriffe macht oder halt übungsmissionen was auch immer und dann kann man hier natürlich mal so ein bisschen jetzt im nachtdorf bisschen heftiger pushen wenn man also mal bock hat stu jetzt mal eine stunde nachtdorf dann kann man es richtig abgehen lassen aber meine minions hier lassen es auch ganz gut abgehen hier allerdings ist da natürlich jetzt die tonne wieder hochkommt und wir haben aber die meisterhütte wunderbar 60 prozent kommen kriegst du noch mal gezündet also auch die hier zündet übrigens am ende wenn man sie nicht zündet selbstständig also kurz bevor sie dann down geht allerdings manchmal kann man sie dann nicht mehr zünden beziehungsweise einige haben gefragt wieso geht die selbstzündung nicht die geht natürlich nur wenn unten die 14 sekunden auch rum sind also anders geht sie dann nicht 66 prozent ich warte eigentlich nie auf den gegner aber ihr seht selber ich habe jetzt 4886 punkte das gar nicht mal so schlecht das ist glaube ich das ist glaube ich sogar ganz gut für mich oder naja 4905 war mein bestes aber ich bin da wieder nahe dran und naja ich mache hier noch drei mauern ich mache noch drei mauern allerdings haben wir gestern apropos mauern hier natürlich vergessen zu sagen leute die mauern sind günstiger geworden jetzt nicht im rathaus 12 und 13 bereich beziehungsweise hier im rathaus 13 bereich glaube ich sondern vor allen dingen bei meinen kleineren rathäusern ist euch sicherlich aufgefallen hammer was sie jetzt noch kosten also wie günstig sie geworden sind aber die frage ist ja eigentlich die ich mir gestellt habe was bilden wir als erstes eigentlich aus jetzt hier bei meinem rathaus 13 bin ich gestern auch nicht darauf eingegangen denn hier oben ihr seht hatte ich ja noch ein paar bauarbeitern laufen die meine bomben gemacht haben die habe ich jetzt auch nicht ganz geschafft die habe ich nicht ganz geschafft die bomben und ich habe aber schon folgendes gemacht also meine update strategie war dass ich erstmal die beiden um türme upgrade und dann die bogenschützen türme oder die minenwerfer ich weiß es eigentlich nicht oder lass es vielleicht beides laufen ein bauarbeiter macht im minenwerfer es sind ja nur vier stück und ein bauer und die restlichen bauarbeiter machen erstmal die bogenschützen türme weiß nicht wie jeder vorgegangen seid goldmine muss ich sagen und auch dem bohrer die lasse ich echt mal außen vor erst mal das ist dann vielleicht irgendwas für rathaus level 14 dann in incoming weiß der geier und wäre natürlich schick wenn die noch ein bisschen noch einen höher gehen denn gerade die sind wir haben wir gestern auch nicht nicht gesehen haben dann natürlich noch mal eine extreme rate der produktionsrate von plus 700 pro stunde das ist nicht übel leute das rechnet sich auf jeden fall auf die vielen 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 minen und sammler also darf man auch nicht verkennen wenn man das mal zusammenrechnet es gibt da ja so füchse die rechnen das alles aus wie viel das in 24 stunden sind und das ist schon eine ganze menge kann ich euch sagen aber apropos bomben hier ich habe ich hatte noch gar keine max bombe gesehen hier neuner die sieht die sieht mal richtig cool aus im vergleich dazu aber hier noch eine level 6 bombe und ich habe gestern schon damit angefangen ein bomben turm mit einem hammer hoch zu machen ich wollte mir jetzt keinen zweiten hammer holen aber ich muss wirklich wirklich sagen der bomben turm ist mal richtig schick der ist mal guckt guckt euch das mal an wie schön der in dieses design vom rathaus 13 passt mit dem mit dem magierturm da und mit der kanone der alte war auch was heißt der alte ihr seht den der ist jetzt im bau ich habe also auch gleich den zweiten angestoßen der passt schon rein aber das hier sieht mal richtig gut aus oder also ich mag das ich habe mich total verliebt in diese farben und wo ich sehe aber gerade was da ist irgendwas verkehrt was ist denn hier ach ja manchmal wenn man so in sein dorf hast dann vorrutscht einem auch gern mal eine mauer die muss nämlich dahin okay die muss eigentlich dahin da hatte ich da ganze zeit ein loch in der base okay ja also was gradet ihr eigentlich ab schreibt man unten rein man kann ja vor allen dingen die min und sammler erst ab rathaus level 11 weiter upgrade ab rathaus level 11 was glaube ich und was ab rathaus level 11 ich gucke mal gerade nach ja es ist ab rathaus level 11 und bei 9 habe ich jetzt oder ich habe die frost zauber noch gar nicht angestoßen bei meinen neunern die sind ja alle fertig meine neuner und der bohrer rathaus 12 ok da die haben wir gestern schon gemacht rathaus 13 minwerfer bomben turm lakai level lakain ja ok gift zauber level 57 mauerstücke ja also wunderbar das funktioniert in jedem fall und aber wie seid ihr vorgegangen oder sagte lieber nee ich mache jetzt erst die minwerfer weil was willst du eigentlich aufhalten yeti smash oder irgendwas anderes mit den mit dem minwerfer ich weiß nicht die minwerfer ich fand die immer so überflüssig die minwerfer stehen einfach nur rum und machen so ein bisschen schaden ich meine klar wenn du wenn du mit barge unterwegs bist oder mit goblins unterwegs bist also mit kobolden dann machen die schon sinn aber ich bin ja noch mit den kobolden unterwegs es gibt nach wie vor den vierfach sterne bonus habe ich glaube ich gestern auch nicht gesehen ich wollte schon pokale droppen habe dann aber gedacht halt torsten warte mal mit einem droppen bis der vierfach bonus vorbei ist denn der lohnt sich ja mal er lohnt sich ja mal wirklich die gegnersuche ist jetzt auch in titan drei nicht ganz so lange auch das war gestern diskussionsthema noch mal eben stream wie lange geht eigentlich die gegnersuche hier und ich hatte jetzt von titan zwei auf drei gedroppt aber es geht eigentlich das je leute oh mein gott das hat echt jetzt gedauert und ich nehme ich jetzt mal mit weil der abgefahren ist und weil ich noch so ein paar sachen ausprobieren wollte was vor allem die neuen truppen angeht also nicht die neuen sondern die super truppen angeht das muss ich so muss ich eigentlich sagen ich wollte nämlich mal checken ob ein einer von denen hier sneaky ein lager wegricht ja auch richter dann kann man nämlich mit denen gut fahren dann kann man mit denen gut fahren aber der kriegt jetzt auch da gerade keinen beschuss ist natürlich super da kriegt da kriegt allerdings jetzt beschuss das eigentlich der hammer aber mit denen kann man dann sehr 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 gut hier fahren kann ich mir vorstellen so dann nehmen wir die eben mal mit hier außen und was haben wir noch so dabei nur ein bisschen queen haben wir dabei okay die kann ich ja jetzt so ganz behändig hier rein setzen denn wir müssen das rathaus ja auch schaffen okay wunderbar das ist glaube ich ein bisschen laut okay das war gerade ein bisschen laut glaube ich schuldig bitte meine queenie muss ein bisschen bisschen ps machen und ist noch die drachenstatue was ich natürlich jetzt auch nicht habe ist irgendwie mal so mauerbrecher oder so ich habe keine mauerbrecher dabei okay ich habe keine mauerbrecher dabei oder habe ich hier welche drin nicht wechseln sondern zeigen da habe ich riesen drin okay da habe ich riesen drin ist jetzt ist jetzt auch gerade ist ja auch eine neue problematik geworden was man jetzt eigentlich fordert was was man selber macht aber was ich auf jeden fall machen muss ist dass ich die hier raus lasse und ich habe aber zwei sprung dabei okay dann könnt ihr das schon mal rein springen würde ich sagen bei pecker hier mit rein 1234 ich habe ja so einen bunten truppenmix immer dabei so den hier mein worten steht nach unten wunderbar alter shit der muss da weg wir müssen wir da weg machen und hier springen wir noch mal rein wir müssen ja nicht unbedingt gewinnen sondern wir müssen das mal gerade gucken wir müssen zu sehen dass wir das ereignis hier ganz ganz gut über die bühne kriegen den zünde ich jetzt mal einige haben übrigens auch geschrieben auch bei mir im discord sie finden den neuen worten blöd ich weiß gar nicht was die damit meinen ich konnte jetzt noch nicht so feststellen dass er jetzt so total verpeilt ist aber einige haben wohl schon haben wir schon wieder mitbekommen oder haben das wohl schon wieder gesehen dass wenn queen queen charge ansteht und du setzt woanders eine truppe dass er plötzlich der truppe folgt und so weiß ich nicht ob das so ist könnte mir gerne mal reinschreiben ob der jetzt wirklich so verpeilt ist oder ob der doch anders ist die super truppen halten bis zum ende durch sehr cool ja im clan solltet ihr euch übrigens absprechen was was ihr wie macht das heißt also wer macht welche super truppe denn nur so kann man eigentlich dieses ereignis hier ganz ganz nett durchspielen anders wird das nicht funktionieren und deswegen baue ich diese komische truppe eigentlich immer wieder nach allerdings die valkyren die brauche ich nicht die valkyren brauche ich nicht da kommt sowieso eine nach und ich habe ach so okay die ist das schon nachgekommen alles klar aber die valkyren brauche ich erstmal nicht teste ich die tage mal etwas anders an hier brauchen wir auch nur 9 von und was haben wir denn hier eigentlich mehr darin 3 11 ok da haben wir ein paar mehr von denen dabei das sind jetzt schon zwölf und was haben wir hier noch 9 2 52 ok 9 252 was haben wir hier was wir da nicht haben wir haben in riesen ok und wir haben da glaube ich hatte mal 9 11 jetzt bin ich total durcheinander kein magier kein magier dafür einen davon so jetzt passt es wieder wunderbar schön wäre wenn man sich jetzt wenn hier so eine so eine schaltfläche wäre diese armee bitte in die schnellausbildung rein aber in die schnellausbildung habe ich jetzt gesehen passt jetzt auch endlich glaube ich eine krampfmaschine rein oder ja da passt jetzt auch eine kampfmaschine rein wunderbar also es gibt jeden tag für mich jetzt wahrscheinlich irgendwas zu entdecken hier irgendwas neues ich bleibe natürlich mit mit euch da am ball das ist gar keine frage aber mir ging es jetzt erstmal darum wir müssen ja ein bisschen was bauen ich habe gestern abend im stream schon aus verlegenheit in der mauer gemacht weil ich gedacht habe was machst du mit dem elex denn mein labor update plan sieht ein bisschen anders aus also jetzt als erstes den zauber noch die 100.000 muss ich heute noch irgendwie rein schaffen denn morgen läuft der pass ab und dann ist dann ist wieder alles teurer und deswegen wollte ich unbedingt die forschung noch fertig machen ich habe auch ein zauberbuch und wollte eine neue forschung laufen lassen wahrscheinlich die barbaren mit elex und das ist eigentlich mein upgrade plan aber wir machen mal noch ein angriff würde ich sagen denn von nix kommt nix und ihr seht ich habe hier drei bobs frei ich bin ja nicht so der hyperaktive obwohl es geht eigentlich aber ihr seht es vier angriffe gestern fing die liga ja glaube ich wieder an da haben da hat ja jeder legendenspieler schon mehr also ich muss hier auch ein bisschen mehr machen ob ich in dem dorf ich habe immer so das gefühl ich mache hier eigentlich genügend aber mache natürlich bei meinen anderen dörfern auch was also wir machen kurzen cut dann suche ich noch mal gegner ich hoffe ich hoffe noch mal einen ganz guten gegner und dann machen wir natürlich noch ein bisschen farmerei hier bei clash of clans ok freunde ich würde sagen wir machen einen schönen rundlauf hier wir machen mal einen schönen rundlauf denn der hat ja doch so einiges hier innen aber wir kommen da nicht ran weil wir da so rumlaufen müssen dann können wir hier schon mal funneln also erst mal ein bisschen funneln so das haben wir getan ich habe immer noch keine mauerbrecher dabei okay das ist doof habe ich hier welche drin ah da ist einer drin ok hier ist ein mauerbrecher drin das ist cool das ist cool dass da einer drin ist da muss nur meine da muss nur irgendwie die die queen jetzt zur anderen seite gehen mal sehen der fassroller hier der kommt hier jetzt gleich raus aber der pecker macht es da auch schon auf ok dann können wir hier mal unseren rundlauf starten leute wunderbar worden mit hinterher wir gehen dem wort die gehen ja alle außenrum da leute wieso macht ihr das ach so die wollen dazu kriegen und nicht schlecht auch nicht schlecht die wollen dazu kriegen hin ok dann lassen wir die hier hinten noch mal reinspringen glaube ich ich glaube wir lassen die da noch mal reinspringen so das machen sie auch da wunderbar oh hier unten sind ein paar bowler hier unten sind ein paar bowler aber die lasse ich da allerdings habe ich jetzt einen kleinen heiler switch mal sehen ob die da vielleicht reingehen gucken wir mal hier noch mal den wut angesetzt oh die gehen da rein alter falter wir halten hier mal alles auf hier junge 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 wieso gehen die denn da rein oh ich habe noch sechs von denen ok dann nehmen wir die die noch mal mit da rein den hier oben da oben wollte ich den setzen gut das sieht ganz gut aus in der mitte das ist nicht so schlimm sagen dass das macht überhaupt nichts denn wir wollen ja die ressourcen ich meine klar das rathaus hätte ich jetzt auch gerne gehabt für den erfolg aber ich glaube rathäuser machen wir noch genug hier wunderbar für die wir dies übrigens noch nicht wissen bei der gegnersuche gab es gestern noch ein kleines problem das nämlich ab und zu sich mal clash of clans beendet hat also wenn ihr dieses problem auch hattet dann gab es ein optionales update im google play store und auch im eos app store also sowohl apple als auch bei google war das oder ist das verfügbar falls sie das noch nicht gemacht haben ist ein optionales update kann natürlich sein dass ihr das auf total automatisch stehen habt und alles immer nehmen was was da so kommt ich habe das nicht so ich habe das von hand angestoßen und mit dem lager hier machen wir jetzt auch ende hier in diesem dorf haben wir ganz gut gemacht glaube ich und dann geht das hier in jedem fall so ein bisschen voran schnell ausbildung also wie gesagt es gab ein kleines update das wurde hier nirgendwo angekündigt das ist dann da meistens irgendwo so im shop und dann kommst du da nicht drauf beziehungsweise irgendwo gehst nochmal rein google play store gibt es update für mich clash of clans also geht noch mal in eure app stores geht noch mal in eure google stores und guckt ob es da noch ein kleines optionales update ist nicht groß und 13 megabyte gibt das soll das beheben dass bei der gegnersuche plötzlich zack der client irgendwo offline war und da sollte das in jedem fall geschichte sein dass der nicht mehr verfügbar ist hier fragen wir immer so an ich tanke super und ihr so dann wissen die dass ich super truppen haben will mit wutzauber alles klar ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen also schreibt mir mal unten in die kommentare rein was ihr upgraded also es geht natürlich vor allen dingen es geht auch an die neuner zwölfer elfer macht ihr da die minen oder macht ihr doch erst die anderen sachen bzw min und sammler oder hierbei radhaus 13 macht ihr das jetzt so ähnlich oder sagte nee die minenwerfer sind mir viel viel wichtiger also rein damit in die kommis und dann sehen wir uns die nächsten tage ja auch wieder auf twitch tv ich es mir ja so den einen oder anderen tag auch wenn es bei mir nicht im planer steht aber im moment gibt es bei twitter ein bisschen probleme so mit dem aufbau der streams die chats gehen manchmal nicht ich kriege keine meldung über so zusammenfassungen und so weiter also twitch ist im moment sehr schwierig für einige zu streamen wenn du natürlich ein chat nicht siehst ist das immer besonders blöde weil du siehst da nicht was seine leute eigentlich tippen aber das ist auch bei den zuschauern so das heißt also ist nicht nur bei mir so sondern auch bei den zuschauern überall wo man mit twitch authentisieren muss oder authentifikation betreibt hat man im moment ein kleines problem und da meine sachen ja ganz ganz viel mit twitch kommunizieren habe ich dann sehr großes problem aber wir kriegen die live streams irgendwie backen also bleibt am kanal dran glocke stellen dann verpasst ihr auch nichts mehr auf twitch verloren und auch dort gibt es eine glocke dann verpasst auch kein live stream mehr von mir bis dahin leute vielen dank bleibt gesund euer toto christ